Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 48 Nummer 48 Sie dippt das Fleisch in die Soße. Ich lerne Deutsch. Mutter und Tochter pflücken Mohnblumen auf dem Feld. Mutter und Tochter pflücken Mohnblumen auf dem Feld. Mutter und Tochter pflücken Mohnblumen auf dem Feld. Matys Donkoyov-Bollis bereich mag. Die Frau brät ein Spiegelei in einer gelben Bratpfanne. Die Frau brät ein Spiegelei in einer gelben Bratpfanne. Die Frau brät ein Spiegelei in einer gelben Bratpfanne. Die Frau brät ein Spiegelei in einer gelben Bratpfanne. Der Hund läuft direkt auf mich zu. Der Hund läuft direkt auf mich zu. Der Hund läuft direkt auf mich zu. Sobaka biegt direkt auf mich zu. Im Sommer sind wir mit der ganzen Familie am Strand. Im Sommer sind wir mit der ganzen Familie am Strand. Im Sommer gehen wir mit der ganzen Familie am Strand. Maria stellt den Topf mit den Nudeln auf den Gasherd. Maria stellt den Topf mit den Nudeln auf den Gasherd. Maria stellt den Topf mit den Nudeln auf den Gasherd. Maria stellt den Topf mit Nudeln auf den Gasherd. Meine Oma backt Kartoffeln mit Kräutern im Ofen. Meine Oma backt Kartoffeln mit Kräutern im Ofen. Meine Oma backt Kartoffeln mit Kräutern im Ofen. Moja babuśa pöcke Kartoffeln iz zelenju w duhovci. Die Arbeiter haben ein Gerüst aufgebaut. Die Arbeiter haben ein Gerüst aufgebaut. Die Arbeiter haben ein Gerüst aufgebaut. Robitniki wstanowile Rysztovanja. Ich gebe noch etwas Parmesan in die Pfanne. Ich gebe noch etwas Parmesan in die Pfanne. Ich gebe noch etwas Parmesan in die Pfanne. Ja poklav Parmesan na skovorodu. Hilfst du mir, die Pflanze umzutopfen? Hilfst du mir, die Pflanze umzutopfen? Hilfst du mir, die Pflanze umzutopfen? Wir helfen mir, die Pflanze umzutopfen. Der Hund hat seine Pfoten auf dem Tisch. Der Hund hat seine Pfoten auf dem Tisch. Ich sitze im Gras und schicke Nachrichten an meinen Bruder. Ich sitze im Gras und schicke Nachrichten an meinen Bruder. Ich sitze im Gras und schicke Nachrichten an meinen Bruder. Ich sitze im Gras und schicke Nachrichten an meinen Bruder. Die beiden Tiere sind bereit für den Kampf. Die beiden Tiere sind bereit für den Kampf. Die beiden Tiere sind bereit für den Kampf. Dwie Tvarine gotovi do boju. Du brauchst keine Angst vor dem Wasser zu haben. Du brauchst keine Angst vor dem Wasser zu haben. Du brauchst keine Angst vor dem Wasser zu haben. Вам ne potrebno bojati se vody. Wir haben den Tisch für Ostern vorbereitet. Wir haben den Tisch für Ostern vorbereitet. Wir haben den Tisch für Ostern vorbereitet. Bringe mir bitte die Flasche Milch aus der Küche. Bringe mir bitte die Flasche Milch aus der Küche. Bitte, bringe mir die Flasche Milch aus der Küche. In unserem Dorf gibt es ein neues Windrad. Und in unserem Dorf gibt es ein neues Windrad. Das Alpaka schaut über den Zaun. Alpaka schaut über den Zaun. Ohne meine Sonnenbrille und meine Puppe gehe ich nicht aus dem Haus. Ohne meine Sonnenbrille und meine Puppe gehe ich nicht aus dem Haus. Ohne meine Sonnenbrille und meine Puppe gehe ich nicht aus dem Haus. Ich kann dir dieses Essen wirklich empfehlen. 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 Natürlich weiß ich, wie man ein Messer benutzt. Natürlich weiß ich, wie man ein Messer benutzt. Ich schneide die Butter in mehrere gleiche Stücke. Ich schneide die Butter in mehrere gleiche Stücke. Mein kleiner Bruder geht ab morgen zur Schule. Mein kleiner Bruder geht ab morgen zur Schule. Mein kleiner Bruder geht ab morgen zur Schule. Meine Tochter und ich backen zusammen einen Kuchen. Wir machen zusammen einen Kuchen. Mein Vater hat sich wieder einen neuen Grill gekauft. Mein Vater hat sich wieder einen neuen Grill gekauft. Ich glaube, das Wasser ist zu kalt zum Schwimmen. Ich glaube, das Wasser ist zu kalt zum Schwimmen. Du kannst mich gerne auf dem Weg begleiten. Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen und schließe meine Augen. Ich bleibe noch ein wenig hier sitzen und schließe meine Augen. Ich sitze hier noch ein bisschen und schließe meine Augen. Ich spüre die Morgensonne auf meinem Gesicht. Ich spüre die Morgensonne auf meinem Gesicht. Ich trinke meinen Kaffee in einem Kaffee am Bahnhof. Ich trinke meinen Kaffee in einem Kaffee am Bahnhof. Ich trinke meinen Kaffee in einem Kaffee am Bahnhof. Warum hast du dein Gesicht rot angemalt? Warum hast du dein Gesicht rot angemalt? Ich habe im Wald noch einen weiteren Ast gefunden. Ich habe im Wald noch einen weiteren Ast gefunden. Du musst das Klavierstück noch ein wenig üben. Du musst das Klavierstück noch ein wenig üben. Du brauchst keine Angst vor den Vögeln zu haben. Du brauchst keine Angst vor den Vögeln zu haben. Heute ist mein erster Tag am Klavier. Heute ist mein erster Tag am Klavier. Ich warte seit 30 Minuten auf meinen Freund. Ich warte seit 30 Minuten auf meinen Freund. Ich warte auf den Osterhasen. Ich warte auf den Osterhasen. Ich warte auf den Osterhasen. Ich brauche noch Möbel in meiner Wohnung. Ich brauche noch Möbel in meiner Wohnung. Mani šče potrebni Möbli v kvartiri. Warum laufst du durch die Blumen? Čemu ty hodisch po kvietach? Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Teper kilka povtoriv z poporednich Epizodjiv. Jakob hat mir einen Verlobungsring geschenkt. Jakob hat mir einen Verlobungsring geschenkt. Jakob podarował meni kabluczku na zarudcene. Der Hund wartet auf seine Belohnung. Der Hund wartet auf seine Belohnung. Sobaka čekaje svojeje nahorode. Natürlich kann ich rudern. Ich mache das seit meiner Kindheit. Natürlich kann ich rudern. Ich mache das seit meiner Kindheit. 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 Ich habe mein Fahrrad an das Geländer angeschlossen. Ich habe mein Fahrrad an das Geländer angeschlossen. Ich mache das seit meiner Kindheit. Ich mache das mit dem Fahrrad an das Geländer angeschlossen. Die Seilbahn verbindet die beiden Berge. Die Seilbahn verbindet die beiden Berge. Die Seilbahn verbindet die beiden Berge. Kanatna droha zjednuje dwie Hore. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Die Pfütze ist zu groß. Die Pfütze ist zu groß. Die Pfütze ist zu groß. Ich kann ohne Hilfe essen. Ich mache das ganz alleine. Ich kann ohne Hilfe essen. Ich mache das ganz alleine. Ich mache das Essen aus dem Kühlschrank. Ich hole das Essen aus dem Kühlschrank. Ich hole das Essen aus dem Kühlschrank. Ich hole das Essen aus dem Kühlschrank. Dank dieser Übungen habe ich fünf Kilo abgenommen. Dank dieser Übungen habe ich fünf Kilo abgenommen. Mein Vater hat immer auf diesem Stuhl gesessen. Mein Vater hat immer auf diesem Stuhl gesessen. Ich kann die Notizen nicht erkennen. Ich kann die Notizen nicht erkennen. Möchtest du ein Stück Wassermelone? Möchtest du ein Stück Wassermelone? Möchtest du ein Stück Wassermelone? Ich kann die Notizen nicht erkennen. Der Mann zieht die Vorhänge zur Seite. Der Mann zieht die Vorhänge zur Seite. Der Mann zieht die Vorhänge zur Seite. Die Frau schreibt auf einer alten Schreibmaschine. Die Frau schreibt auf einer alten Schreibmaschine. Die Frau schreibt auf einer alten Schreibmaschine. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Die Magnolien blühen eine Woche früher als letztes Jahr. Ich sehe dich ganz deutlich. Ich sehe dich ganz deutlich. Ich sehe dich ganz deutlich. Ich laufe gerne durch die Pfützen. Ich laufe gerne durch die Pfützen. Ich laufe gerne durch die Pfützen. Ich mache es mir gemütlich mit einem Glas Wein auf der Fensterbank. Ich mache es mir gemütlich mit einem Glas Wein auf der Fensterbank. Ich schreibe es mir gemütlich mit einem Glas Wein auf der Fensterbank. Der Weg zum Bahnhof ist länger als ich dachte. Ich schreibe es mir länger als ich dachte. Wie viele Eier hast du mitgebracht? 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 Ein Landwirt fährt mit einem Mähdrescher über das Feld. Ein Landwirt fährt mit einem Mähdrescher über das Feld. Ich kann nur mit einer Schlafmaske schlafen. Ich kann nur mit einer Schlafmaske schlafen. Ich kann nur mit einer Schlafmaske schlafen. Ich habe es noch nicht geschafft mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe es noch nicht geschafft mit dem Rauchen aufzuhören. Jetzt geht er um die Ecke. Jetzt geht er um die Ecke. Jetzt geht er um die Ecke. Die Verspannung ist in meinem linken Schulterblatt. Die Verspannung ist in meinem linken Schulterblatt. Auf dem Bahnhof ist nichts los. Auf dem Bahnhof ist nichts los. Auf dem Bahnhof ist nichts los. Lilly steht im Schwimmbad unter der Dusche. Lilly steht im Schwimmbad unter der Dusche. Lilly steht im Schwimmbad unter der Dusche. Lilly schwimmt mit einem Schwimmring. Wenn du hier klickst, dann kannst du den Film sehen. Wenn du hier klickst, dann kannst du den Film sehen. Wenn du hier klickst, dann kannst du den Film sehen. Wenn du hier klickst, dann kannst du den Film sehen. Ich trage den Ball zum Spielplatz. 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 Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Vielen Dank.